Ein Lerntagebuch ist, ganz im Gegensatz zu der sehr digitalen Natur dieses MOOCs, eine ganz analoge Methode, mit deren Hilfe Sie Ihre Lernerfahrungen individuell und kreativ dokumentieren können. Wir laden Sie ein, sich ein Heft zu besorgen, das Sie nutzen können, um Ihren Fortschritt durch den Kurs und die daraus entstehenden Einsichten für sich selbst zu dokumentieren.